Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Batman Arkham Asylum. Ja wir sind jetzt ein Joker Stahlwerk und da haben auch ein bisschen Ritter Rätsel gemacht und ja wie es weitergeht erfahren wir ja jetzt. Abo, Like und los geht´s. Schwärm... Schwärmare... Schwärmarech. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Ah, schluss, ja, äh... Au! Es tut mir leid. Schon gut, Sie sind sicher. Hast du ein Glück? Ich hätte dich damit umbringen können. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Die haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Was ist der Ausgang? Was ist der Ausgang? Das war's. Ach, da geht's weiter. Tut mir leid, du Clown. Ich kann leider echt ans Telefon gehen. Dann wirklich machen wir uns was streng gehalten von Mr. J, von dem du nichts erworben darfst. Denk daran, dass du einen Job zu erledigen hast und dafür sorgen musst, dass du im Stahlwerk keine Fledermausplage gibt. Hast du kapiert? Lange ist so, als würden sie gewinnen. Geht es ihm besser? Also habe ich gemacht, hätte es sein Gesicht sehen sollen. Echt lustig, Mann. Und was dann? Hat sie's getan? Natürlich! Ich meinen sie mich doch an! Ich bin heiß! Das ist mit Jake. Ihr seht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich mein, wer bitteschön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns. Die ist doch noch irrer als er. Oh, Mr. J, bitte tu mir noch mehr weh! Dieser Kerl schreckt eine Mine mit Annäherungszünder. Oh, Schatz! Kümmer du dich doch schon mal um! Irgendjemand fehlt da drin! Ich tu das! Ihr habt den Boss gehört? Oh Gott! Leute! Bewegt eure Ärsche her! Sofort! Hier hat ich... Komm, wach auf! Verdammt! Der ist bewusstlos! Der verarscht uns nur! Wie macht er das? Lass ihn! Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern! Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Sprengladung platziert. Hier drüben alles scharf. Ich hab diese Seite gesichert! Kann kaum erfahrt, rauszufinden! Ich bin dir sicher... Was zum Teufel! Eh, wo bist du? Ein blöder Feuerlöscher? Da das der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht! Ich hoffe! Ja! Hier drüben! Schnell! Hier ist jemand! Aufwachen! Hörst du mich? Wach auf! Ah! Wie sollen wir denn hier rauskommen, Mann? Perfekt! Lass ihn! Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern! Zeig dich, Feigling! Enttäuscht mich, Idiot! Solltet ihr's doch tun, muss ich euch aufhalten! Hä? Hä? Es kam von hier drüben, ganz sicher! Hey, wo bist du? Darauf fall ich nicht nochmal rein! Hast du gehört? Ah! Hä? Was? Wer ist da lang? Hier drüben! Ich hab ihn! Wer ist hier drüben? Was? Du sagst mir jetzt alles, was du über Riddler weißt! Riddler? Ja! Kein Problem! Danke! Danke! So! Da hab ich alles kontrolliert! Hey Batman! Du hast dich so schnell umgehauen, dass man meinen möchte, du hättest nur noch ein paar Stunden zu leben! Toll! Wir sehen uns bald! Kann's kaum noch machen! Protokoll 10, dritten... Er war halt besser. Den 20 Minuten in... Das hätt mich nicht, warte! Das hätt mich nicht! Tut mir leid, du Clown! Ich kann leider nicht ans Telefon gehen! Dann gleich mach ich dir irgendwas streng Geheimnis für Mr. Jack, von dem du nichts erfahren darfst! Okay! Okay! Ach, da ist das! Ach, da ist das! Ach, in Mutternen! Ja boi und das lätt mich nicht! Ja boi und das sät ich nicht! Ich höre dich, Kumpel. Vielleicht in Tendl Valley. Ist alles okay. Bin in Position. Ja, mit dem... ...werden die zwei. In die Reihe. Ich nehme die Maske. Du kannst haben, was übrig bleibt. Klausi, back! Oh, okay. Äh, da stehe ich den Weg. Oh, okay. Okay. Ist das Harley? Wen haben wir denn da? Was willst du, Bee Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Breeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Nicht schlecht. Ah, da ist was. Da, Mr. J. Was hast du? Was? Hat es dir Spaß gemacht, ein wehrloses Mädchen zu hauen? Wage es ja nicht! Wenn du nicht sofort damit aufhörst, sage ich es Mr. J. Und der wird dann richtig sauer. Was hast du? Aufhören! Wage es ja nicht! Dann lasse ich sie mal so. Was? Wh! Wabend. Wabend. Wir sind ja nicht. Wagaa! Wub. Wage es ja nicht! Wags zuımız! Ah, Moment mal. Oh, 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 Moment mal. Strange ständig labert? Was hat der Bluschen Problem? War ihr nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, dachte der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wäre das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Gute Einwand. Du warst nicht in der Anstalt, oder? Er hat Strange angeheuert, um uns mit Waffen vom Militär zu versorgen. Was willst du damit sagen? Dass ich scharf und Strange nicht traue und mir das Ganze nicht gefällt. Nicht ein Stück. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Du willst hier sterben, Batman. Ich nehm dich auseinander. Ich nehm dich auseinander. Ich nehm dich auseinander. Jokers Krankenbett. Jokers Krankenbett. Jokers Krankenbett. Er ist hier. Tut mir leid, der Klau. Ah, Harleys von, äh, wird mir akkern mehr Seilung. Ja, doch mal. Moment, was ist das? Das ist doch ein Schwangerschaftstest. Prägnant, schwanger, noch prägnant. Prägnant. Harleys schwanger? Cool, Harleys schwanger. Geil. Da hoffe ich mal, er kommt ein Schalter bei der Joker rein. Das ist das Erbe. Objekt zu klein. Protokoll 10, tritt in 10 Minuten in Kraft. Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute, Lektion 1, den Arsch vor Soh zu bekommen. Es gibt Haube. Okay. Nur du und ich, Batman. Zeig mal, was du kannst. Oh. 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 Bitte! Aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde! Sagte ich mich! Ich meinte mich! Und diese Jungs! Ich steck dich ab wie eine Sau! Wenn ich fertig bin, erkenne dich nicht mal mit deiner Mama! Ich töte dich! Erinnerst du dich, Herr Mr. Abramwisch! Keine Sorge, Batman! Er ist so gut wie armlos! Kapiert? Ich werde dich begraben! Du wirst nicht zu Joker durchkommen! Ich werde dich aufhalten! Du wirst nicht zu Joker durchkommen! Ich werde dich aufhalten! Ich habe dir das Messer genau ins Herz! Oh, Batman! Das wird lang, mein Mann! Mal den Göttern! Vielleicht bringt etwas Titanfeuer in die Sache! Das wird sehr weh tun, Batman! Sie sich aus provider auf, Batman! Oh, meine Mann, Mann! Was du so gut, war's? Das ist nicht so gut, Batman! Ich bin so gut! Ach, was du? Hey, Batman! Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße! Du stirbst hier, meine Fledermaus! Ach, verdammt! Oh, Bats! Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe! Zum Sterben gut! Weiter! Thomas, das ist nicht der... Ey, Jocker hat ja auch... auch einen Zwilligsbruder, das weiß ich. Wir sorgen dafür, dass es wehtun, Fledermaus! Reichen wir, Mr. Abramowitsch, die Hand. Ich meine, nicht, dass er was mit einer Anfangenheit... Oh, Scheiße. Von ihm muss ich weg. Ich setze jeden Knopfen in deinem Körper! Du wirst nicht zu, Joker, durchkommen! Ich werde dich aufhalten! Oh, Batman! Das wird langweilen! Dein bringt etwas Titanfeuer in die Sache! Du wirst nicht zu, Joker, durchkommen! Ich werde dich aufhalten! Du wirst nicht zu, Joker, durchkommen! Ich werde dich aufhalten! Ich werde mal in Arkham City beerdigen! Wenn wir mit gefährlichen, erkenne dich nicht mal nicht! Scheiße! Ich lege dich auf! Ich werde dich verkraften! Ich werde deine Einzelteile im ganzen Raum verstreuen! Du stürmst nie, du kleine Fledermaus! Du stürmst nie, du kleine Fledermaus! Halt schnell, wer schickt dein Gesicht in den Dreck stoße! Ich werde deine Einzelteile im ganzen Raum verstreuen! Ich werd' dich begraben! Worauf wartest du denn? Noch einen letzten Wunsch? Wie wär's mit nem Witz? Wie wär's mit nem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Tja, ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, Hals, Maul! Ja! Nach dir, Teuerste! Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also, wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hol ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! Ah, jetzt, jetzt bin ich. Oh, jetzt bin ich. Geil. Wieder Catwoman. Wo ist das jetzt? Äh. Wo ist das jetzt? Äh. Okay. Okay. Ah, scheiße. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich das machen? Oh. Okay. 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 Das kann sie leider nicht mit Bett nehmen. Okay. Das kann sie leider nicht mit Bett nehmen. Okay. Das ist nämlich stärk. Was ist das? Soll ich da reingehen? Ja, was weiß ich. Okay, weiter. Ein Moment, Leute. Alles okay, ist nichts. Okay. 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 Jawohl. Weiter geht's. Was ist da? Okay. Die Kippen hat er nicht so viele. Sie leuchtet wenigstens schneller als Batman, das ist schon mal gut. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Ich hab' keinen Bock auf euch jetzt. Was ist los, zur Feige um zu kämpfen? Okay, weiter geht's. 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 Quatsch. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Da geht's noch. Okay, weiter geht's. Jawoll. Jawoll. Womit! Sie ist hier! Anscheinend stimmt es. Was? Meldung machen. Tiger-Zentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Bestätigt, Tiger 87. Position halten und weitere Befehle warten. Ende. Bestätigt. Er richtet an den Schutzbereich. Sichert den Eingang. Äh, okay. Wie jetzt? Ich frag mich, wie Hugo Strange... Was zum Teufel treibt die hier? Komm und kämpf, Katzenbiest! Trau dich! Nächstes... Ja, ich mach nur ein paar, dann mach ich nen Cut. Das ist nicht vorbei! Vergiss es! Alter, das ist nicht so, dass die Katzen können, ey! Bist paid nicht. Na, fällt nicht! Não was ich hole dir? Bist du! Bist du! Das war's. Okay, ist nichts. Dann mache ich das, dann mache ich den Cut. Ich habe gehört, dass Batman und Freeze da hinten ziemlich an einer Reu geraten sind. Was hätte ich dafür gegeben, den Kauf sehen zu können? Und? Komm, ich mache noch das letzte. Jawoll. Kein Blumens, doch wehe, fast fertig. Okay, Leute, werde ich was sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like nicht vergessen. Dann sage ich, Au revoir, ciao, bis dann. Euer Jinyakuta, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.